Anschluss für die MFES hinhaben Unten drunter, ganz unten So dass man die auch abfangen kann wäre vielleicht ganz cool Dass man sagen kann, ja schick sie weiter zur MFESU Produktion oder nicht Schon wieder keine Typs mehr Ich weiß jetzt nicht was du meinst Ja die MFES kommen ja Kommen jetzt von hier aus zu dir ins Lager Ja Und von da aus zurück zur MFESU Produktion So ich dachte du willst mir den Überschuss hier her schicken Mir ist das egal So wir brauchen jetzt das Haus wo die MFESUs gebaut werden Ich brauche für jeden Fall Kisten schonmal Also hier wo bist du denn? Na komm mal hier zu mir her Eine Sekunde Ah 12 Tubes Ah ne doch nicht da ist da ein Stick Ich hab auch noch welche wenn du brauchst Ja ne Da sind noch Pressing-Labs Ja schau mal jetzt ist das so bisher dass die von hier unten alles immer reingeschossen kommt Und dann hier verkleidet immer auf die Ebene verteilt wird dann das Ganze Ah ok, ja Gut Und jetzt kannst du dir halt überlegen Ja Überschuss würde ich dann hier hinschicken Ja ich würde jetzt auch sagen dass nur der Überschuss verarbeitet wird Also nur hier reingestopft wird einfach Weil alles andere müsste ich sonst wieder komplett umbauen Ich würde jetzt sagen dass hier noch ein Haus hinkommt Wo dann ähm die MFESUs gebaut werden Dann hier zusammen gebaut werden? Ja Ok Wir machen Und bis dahin speichere ich die und lagere ich die da mal zwischen Was für ne komische Mucke grade Naja, naja, richtig Woher weißt du das? Weiß ich nicht, weil du es auch immer als komische Mucke empfindest Gut, ähm, vielleicht gefällt es ja jemanden Stimmt Wir haben ja jetzt auch die größere Musikauswahl von daher Mal sehen Ich denke mal das wird mehrere ansprechen Ich hab halt mehrere rausgesucht Ähm, kann jemand mal das Haupte abschalten, das Haupte vor's Field? Ja, warte Ich schon Wirklich schlimm Ne, ist noch an, oder? Ich hab gesagt, mach ich schon Ich hab nur nicht gesagt, dass ich es gemacht hab Jetzt ist es aus, eigentlich Ja, ist gut Ja Aus wird nass Was war das denn? So, da war ich irgendwie schon wieder rausgeflogen, warum immer? Ähm Hier, irgendwo hab ich doch Lücken gelassen, da So So Also ich hab wieder einen 64 Receiver Gut, gut, die brauchen wir gleich für die ähm MFSUs Du hast ne Repeller rein So Lecky, willst du mal diese Filterscheiße bauen, damit wir dir dann später hier Sachen einsertifeln können? Ähm, du meinst, dass ich Filter baue? Äh Sortiermaschinen, ja Also Filter Sortiermaschinen Sortiermaschinen Was jetzt? Sortiermaschinen oder Filter? Ja, ne, ich brauch eigentlich, wir müssen ja nur was rein, äh, brauchen wir Sortiermaschinen, ne? Ja, ja Oder ganz viele ähm, Filter Bisher ist das Ding so kacke gebaut, wir können eh nur, äh, eine gewisse Anzahl an Zeug lagern, aber ich könnte es nochmal später umarbeiten, wenn wir mehr verschiedene Sachen lagern, und Warum? Du kannst doch jede Kiste mit einer Farbe ansteuern Ja, aber, ja, stimmt natürlich auch, ja Okay, vielleicht auch nicht so gut, aber du könntest jede Kisten Reihe, quasi, von oben nach unten ansteuern Ja, ich kann ja dazwischen immer noch Dinger setzen, ne? Ja, stimmt Und drei Sortiermaschinen sind im Propeller drin Ja, das reicht ja auch erstmal Bitte, bitte Blacky, brauchst keine Bound, drei Stücke ist schon gut Das klingt so arg, klingt absolut sowas von ironisch, und es geht mir trotzdem vollkommen egal Ne, du brauchst keine Ja, ist nur wirklich, er ist in Ordnung Blacky Ja? Schon deine Tage oder was, Alter Ja? Ich glaube auch Da oben wird jetzt einen Eingang wegfallen, das ist ne Ich brauch nur einen Eingang in die Bude Hier ist alles scheiße aus, aber egal Fuh, ey Fuh, ey Last Half Steps Richtig Komlös hier So, Kabel werden jetzt alle hierhin geliefert schonmal, das ist gut Kann ich dir noch ein paar Diakisten holen? Ne, Diakisten hab ich genug, aber was du machen könntest, dass du mir mal die Pinsel aus dem Hauptlager holen könntest, das wär von Vorteil Oh Ähm Wie baut man jetzt hier im FSUs zusammen? Bei der MFV? MFV weiß ich nicht mehr, ich bin nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt Oh Ah Hast du das vergessen? Ähm, nein, das nicht direkt, aber Aber doch Ja, so halb vergessen, das kann man schon sagen, doch Wir müssen noch Goldkabel herstellen Krass! Ah, schrecklich Äh, Pinsel Naja, da kommen jetzt noch ein paar Boah, ich glaub ich brauch einfach neue Pinsel Egal, ich brauch einfach nur ein paar Farben, mach was du willst Ich weiß nicht, wie ist es, kannst du eine Pinsel immer wieder mit einer anderen Farbe machen? Ey, aber das ist blöd, das ist Verschwindung Mach jeden Pinsel, also Wir müssten doch auch noch die Farbeimer haben Ja, wir haben die Farbeimer, aber wir haben keine Pinsel mehr Okay Dann sind sie nicht mehr da, wo sie rein sollen Ja, die Pinsel verschwinden, ja, die gehen ja kaputt Dann sind sie halt nur noch quasi weiß, leer, wie auch immer Ja, was willst du mir damit grad sagen? Dass Fischeimer alles gut ist, keine Ahnung, ey Dass du neue Pinsel bauen musst, einfach So Ähm, wie baue ich das denn jetzt hier hin? Relays Wie tue ich einen Pinsel mit Farbe neu laden? Klingt merkwürdig ist aber so Wie neu laden? Oder, keine Ahnung, da hat er so einen Sterbebalken, äh, Haltbarkeitbalken Sterbebalken! Den kannst du nicht neu laden, du musst einen neuen bauen Nein, das klingt so geil Oder was meinst du? Sterbebalken Also, die Farb Die Farbeimer gehen dann kaputt, die sind weg Oder sind leer zumindest Und die Pinsel werden auch leer dann einfach nur Passiert jetzt nicht so schlimme Sachen Jetzt bald Entschuldige, Mann, das ist jetzt nicht böse gemeint Ne, überhaupt nicht! Nein, das Wort ist einfach so geil Es ist Sterbebalken Es klingt so wie Sterbehilfe Nur irgendwie mit so nem Balken reinerschlagen Oder so Das ist aktive Sterbehilfe durch Balken Ahja Okay, mein Kopf ist lustiger im Maul Ähm Mup, Mup, Mup Ja Haben wir hier Gold? Ja, nee, das war Brad's Vergiss es Ich hab kein Das sah so ähnlich aus Ich hab schon echt viel in meinem Inventar Aber kein Gold Warte mal, ich guck mal Mein kleines Beckel Ähm, mein Beckel ist ja leer Ähm, nee, ich hab gar nichts Hier ist ein Goldbacher Ja, einer ist gleich Hier in der Kiste Einer ist über Goldbacher Für gut Glückab Ja, wir haben ja auch immer nur eins mitgenommen fürs Verdoppeln Ja Jetzt haben wir ein paar Stacks Sooo Ja, so eine scheiß Goldbahn ist auch verdammt teuer Ja Ich glaub der hat 2000 EMC Wir haben ja auch nicht irgendwie da Haufenweise Red Matter oder so, ne? Ja, für die Produktionsanlage jetzt nicht direkt So, ja Ich glaub die Musik ist auch ein bisschen lauter im Moment Hm, so Ah, hier sind die Pinsel So, 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 so Yucki Pinsel Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Pinsel Ich platze mir jetzt hier 50.000 Pinsel aufzunehmen, du Pinsel Ja, du hast den Beutel Ah, dieser Beutel ist voll den Arsch Ich benutze den gern, der ist gut So Können wir nochmal anschalten Können wir nicht Äh, wo ist jetzt mein Beutel? Weil das hier funktioniert nicht Ich hab den Beutel in den Beutel gepackt Das ist alles weg, was ich hatte Ja, dann musst du nen Beutel nochmal nehmen Der wird alles, was im Beutel war, ist noch da Nur der Beutel ist halt im Beutel So Beutel Inception, weißt du? Ja, aber wo kriegen die jetzt so nen Beutel her? Bau dir einen Wie das? Ja, ich bring dir einen Ja, ein Gelber war's Muss der Gelb sein? Ja Ja, war's ein Gelber War ein Goldener oder was auch immer Scheiße Äh, so Goldgelb Denke ich mal Ja, ja, ich denke mal Ich weiß jetzt nicht genau wie die Farbe hieß, aber sie war so golden gelblich Ja, ja, das gibt nur einen Gelb gibt's auch immer noch Ich hoffe mal, dass ich mir voll vor die Stirn geschlagen habe, hat man den jetzt nicht gehört Doch, das hat man gehört Oh, okay Ja, gut Liegt's schön klatsch Ja, der war gut Ähm, Covalence, das Covalence, das Da gibt's ja eigentlich diese komische Dreckige Blaue, das ist nicht da Hä, was? Braucht doch diese, du brauchst diesen komischen blauen Ja, aber Wo Nachgefunden Ja Wo ist so ne gute Frage Jaja, das war ja schon gelbe Wolle, das sind wahrscheinlich viele lustige Haben wir auch irgendwo, ich hab ja schon mal einen gebaut Ja, die Frage ist ob die Wolle übrig ist Nein, in einen Der Vielen Project Table Nein, eigentlich nur einen der vielen Diamond Chests Ich glaub nicht, dass ich den einsortiert habe, oder dass er sortiert wurde Doch, der ist einsortiert Echt? Jetzt haben wir das gemacht Krass Hätt ich nicht erwartet Irgendwo hab ich jetzt das Auto gekappt Ich würde jetzt gerne einen YouTube, also zwei YouTube Kommentare kommentieren, die ich gerade gesehen habe Ja Unserer Da haben gerade zwei Leute darüber geredet, dass wir die Tabel unten drunter legen sollen, unter die Gehwege und an den Seiten die Tubes, damit die sich nicht verbinden, aber man kann ja diese Halbplatten zwischen die Tubes setzen, damit sie sich nicht verbinden eben Und Und Ja Außerdem können wir auch durch die gleiche Tube ja mehreres Zeug durchjagen, das ist ja auch egal Richtig, das ist bei den Tubes völlig egal, bei einer Pipe wär's schlimm, bei einer Tube, dann müssen wir aber mit Farben arbeiten Aber sowieso, also das geht schon Das ist gar kein Problem Ja Aber danke, dass ihr darauf achtet Ja Ja, ich kann gerade nebenbei YouTube angucken, was wir da solo haben, weil ich auf Blacky warte, dass ich meinen Beutel kriege Ja, 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 ich brauch noch die Chests Ja, kein Stress So, das hier geht nicht, soweit ich weiß Scheiße Aber das hier, oder? Nein Also, das ist eine Ja, das ist ein bisschen Aber das ist eine